Applaus So ihr Lieben, jetzt kommen zwei gesetzte Redebeiträge und dann, zwei geloste, schön, zwei geloste Redebeiträge und dann der gesetzte mit Jean Mutlu. Es haben jetzt das Wort Clara Herrmann und Alexander Bartel. Werft euch bitte weiterhin in die Kisten ein, damit danach auch weitere gesetzte und geloste Redebeiträge gezogen werden können. Also werft die Zettel ein, ihr passt ja nicht durch den Schlitz. Das dürfte schwierig werden, liebe Renate. Liebe Freundinnen und Freundinnen, ich möchte das noch einmal betonen, was Saftat China heute Morgen hier gesagt hat. Eigentlich dürfte nicht nur heute der internationale Tag gegen Rassismus sein, sondern jeder Tag ist ein Tag gegen Rassismus. Und genau deshalb müssen wir ganz, ganz von Herzen all denjenigen Menschen, euch, die sich vor Ort, aber auch viele, viele zivilgesellschaftliche Initiativen, viele Initiativen vor Ort, die täglich Gesicht zeigen für ein vielfältiges, für ein offenes, für ein tolerantes Berlin. Und dafür meinen ganz, ganz herzlichen Dank. Denn den Kampf, der Kampf gegen Rassismus, der Kampf gegen Rechtsextremismus, den können wir nicht alleine gewinnen, den kann nur eine aktive Zivilgesellschaft gewinnen. Und die haben wir in Berlin und ich finde, das wird viel zu wenig gesagt und da müssen wir diese unterstützen. Und ich bin dankbar, dass sie trotz der großen Koalition so aktiv sind und dass sich zum Beispiel heute so viele Menschen in Berlin beteiligt haben an der Aktion 5 vor 12. Und die zu unterstützen, das ist unser Hauptanliegen im Kampf gegen Rechtsextremismus hier in Berlin. Und das machen wir im Abgeordnetenhaus und versuchen das sehr intensiv zu machen. Wenn man sich beispielsweise aktuell die Debatte um den Bereich Antisemitismus anschaut. Die Zahlen steigen enorm an und wir haben viele zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich engagieren. Nicht weit von hier in der Oranienstraße sitzt die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Es gibt noch viele andere zu nennen und viele sind leider Gottes viel zu sehr angewiesen auf irgendwelche Modellprojekten, Mittel vom Bund, von irgendwelchen Stiftungsgeldern und hier kämpfen wir dafür, dass weniger der Verfassungsschutz gestärkt wird, sondern vielmehr die zivilgesellschaftlichen Initiativen. Das ist unsere grüne Politik und der Senat macht es leider gerade genau andersrum. Wir streiten dafür, dass die Zivilgesellschaft gestärkt wird. Ich wollte noch mal einen Punkt betonen, die rechtsextreme Szene in Berlin. Man kriegt vielleicht derzeit nicht so viel mit und denkt vielleicht, das sei alles gar nicht so ein Problem. Aber die nimmt sich genau gerade zwei Zielgruppen, die sie gezielt bedrohen, angreifen. Das eine sind die geflüchteten Menschen, die hier in unserer Stadt Zuflucht suchen, die vor Krieg, vor Terror fliehen und dann hier von Rechtsextremen angegriffen werden. Das andere sind die vielen engagierten Menschen, die sich für die Willkommenskultur einsetzen, die sich gegen Rechts engagieren. Und beide geraten in den Fokus der gewaltbereiten, der gewaltorientierten rechtsextremen Szene. Und es ist unsere Aufgabe, uns mit denen zu solidarisieren und die zu schützen. Man darf diese Leute nicht alleine lassen, wenn sie in den Fokus von Nazis geraten, liebe Freundinnen und Freunde. Und um das einmal zu sagen, die menschenfeindliche Stimmung, die in unserem Land verbreitet wird, von Islamfeinden in Dresden oder auch in Berlin, von der organisierten rechtsextremen Szene, die gegen die Flüchtlinge mobilisieren und vor Ort, ihr wisst das viel zu gut, an vielen Stellen in der Stadt Demonstrationen und andere schlecht schlimme Stimmungen verbreiten. Diese menschenfeindliche Stimmung, das ist der Nährboden für die gewaltbereite rechte Szene. Das ist der Nährboden für den rechten Terror. Das bestärkt, das motiviert Rechtsextremisten zu Taten. Und lass es mich einfach an ganz einfachen Zahlenbeispielen sagen. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Berlin. 2013 hat es fünf Fälle, Angriffe auf Flüchtlinge, Geflüchtete bzw. Flüchtlingsunterkünfte gegeben. Im letzten Jahr waren es 41 und die überwiegende Anzahl im letzten Quartal. Ich denke, das wird deutlich. Menschenfeindliche Stimmung muss genauso entschieden entgegengetreten werden. Und wer, wenn nicht wir, müssen aufstehen und uns mit denen solidarisieren, die in den Fokus rechter Gewalt geraten. Ich danke euch und bitte euch um große Unterstützung für unsere Resolution gegen Rassismus.